Willkommen zurück hier in Minecraft, wir sind jetzt mal wieder auf dem Nachhauseweg, waren gerade die letzte Folge dabei, das neue Haus zu bauen, vielleicht machen wir auch noch diese Folge noch einmal ein bisschen weiter, damit wir auch damit endlich mal ein bisschen weiterkommen, also das gröbste, abschließen wir nochmal, haben wir Sand, nein wir haben keinen Sand, das heißt wir könnten gleich auch nochmal ein bisschen Sand, und dann müssen wir uns besorgen, um die Glasscheiben zu klicken, wenn wir eine ist, an Glasscheiben, ziemlich glas, glas wäre jetzt schön, wohl ein bisschen Blatt haben wir, wenn wir das so gut mitnehmen, wollen wir aber schlafen, Wenn wir dann geschlafen haben, gehen wir gleich wieder zurück, zu unserem neuen Haus, Wir bauen uns jetzt ganz normal, ein bisschen ziemlich klares Glas, obwohl eigentlich finde ich auch das Unikglas schön, Und dann nehmen wir davon noch, die dann haben, Dann nehmen wir noch ein Baby Salz und die余s in den Tellen, Und die dann rein und dann haben wir noch ein Baby Salz und die Schlüssel, So, dass wir hier die normalen Graue hin, das ist wenn ich die da jetzt ran klatschen. Ok, das heißt es sieht doch doof aus, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel andere Steine nehme, das ist so wenig hier. Kleiner heißt sowas hier drumherum. Dann wieder eine Reihe von den hier in der Mitte. Erstmal einen und dann Sandsteinen, jetzt können wir ihn grün machen. Stimmt doch schick. Dann lassen wir erstmal so ein eigenes Gesicht haben. Mal sehen, ob das aussieht. Das Gesicht ist halt von meiner Seite. Deswegen nehmen wir das Gesicht wieder raus. Jetzt ist der Grüne besser gefallen. In der Stelle. Der Grüne kommt hier rein. So. Was ist das? Geht so aus. Hier mal was. Und so weit rein. Ganz schön. Das ist das. Absz den Schein. Ganz schön. Ganz schön. hmm warum bin ich hier noch ein bisschen mehr ein großes Fenster noch zwei Türen ich bin immer mit den Gedanken hier auch noch ein Fenster rein zu machen damit an sich diese Halle ein bisschen lebter auslebt das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus wie hier da unten müssen wir noch einen Raum fertig bauen so 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 dann kommen wir doch jetzt ziehen wir ein größeres Raum schon mal sehen dann haben wir noch 64 Steine davon so so jetzt wird noch ein Raum den man so vorbereiten muss dann mal sehen ob das halt alles noch ein höher kommt weil es generell sowieso hier doch hierfür wäre das besser könnte man das halt natürlich alles noch ein höher machen die Fenster auch hier machen wir noch ein Fenster rein das ist so wie zu unserer Fensterseite hier das ist so wie zu unserer Fensterseite hier dann wir brauchen wir so noch wie jetzt einen weiteren Raum später mal auf brauchen wir auch viele Dingen überall Fenster jetzt wird es nochmal genau überlegen Weinmann Gesteine So, das wird doch erstmal reichen, erstmal reichen. Sonst passt alles natürlich noch auf eine höher, weil es total so groß ist. Ich fahre gleich noch eine hier an. Auch noch einmal. Ich weiß aber nicht. Halt. Weil dann die Fenster größer noch hinein. Vielleicht lass das. So. So. Dann müssen wir auch noch ein bisschen sichern. Ich muss jetzt finden die Fenster aus. Eigentlich kommt der dann hier drauf. Deckel. Noch. Deswegen. Kann ich gleich hier. Alle wieder einmal abbauen. Das werde ich jetzt aber auch nicht alles machen in diesem Part. Also ich werde jetzt den Part bald beenden. Und dann. Wer jetzt nochmal. Wie ihr dabei seid. Habe ich. Schon überall. Den Decken um einer Hütte. Wir werden in dem nächsten Part wieder was anderes machen. Dann ist das Gerüst des Hauses erstmal soweit fertig. Dann würde es. Am nächsten Part wieder ans Vorschehen. Oder Maschinen bauen. Vielleicht ziehen wir allmählich auch schon rum. Wer weiß. Wir werden mal gucken. Was wir in dem nächsten Part machen werden. Das werde ich mir mal überlegen. Und Deadpack hat schon was. Was im Winter fällt irgendwo. Kommt man sofort wieder. Und heute sind wir im Atmen wieder so. Nein. Das wollte ich nicht. Ja. Ein paar Minuten. Könnt ihr euch noch angucken. Ich weiter arbeite nicht. Okay. Dann. 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 Haben wir jetzt schon bald wieder geschafft. Die Naht hier. So. Hm. Also. Es ist nicht schön. Oh wir haben noch mehr Brotstein. Das ist super. Ich brauche die gar nicht mehr nach Hause gleich. So. Ich arbeite fleißig an dem Haus hier. So. Weiß. Dann sag ich an der Stelle auch wieder. Falls euch das Video gefallen hat. Lass doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht dann nicht. Und tschüss.